und da sind wir wieder bei folge 3 du bist schon verzaubert ok dann bekomme ich beides wie nett oder wir machen uns beide schwerte würde ich sagen oder wir machen mir ein schaffe 2 schwert das machen wir per bücher deswegen haben wir zuckerrohren gepflanzt das haben auch immer nicht gemacht weil das lohnt sich einfach mehr du sparst du viel mehr dios sehr schärfe 1 drauf machen jetzt ist schärfe 1 drauf machen weil ich war lieber verwendung das können wir die es haben wir noch ein ja ich habe zwei hier sind schon fackeln wir haben insgesamt 3 dias bei mir sind die fackeln lila super ja weil bei mir feuer und alles auch lila ist der feuer ist unsichtbar das bei mir ein problem ich habe ein feuer ein bisschen verkackt 1 habe ich auch schon angefangen ich mache noch ein bisschen normale ich mache noch ein bisschen koppels dort und weil das ist ja auch nützlich wenn wir jetzt in der base so meinst du ja klickson ja sagt ich doch wenn wir in der gegnerischen base sind bringt es ja auch was bringt es dann was ja wenn wir ne es wird mein gang sind kann man sich einfach irgendwo einbauen dann mit kleinst und zubauen ja okay ist ganz sinnvoll schön wenn die dann auf einmal kommen dass man sich dann wenn die einen grad nicht sehen dass man sich dann irgendwo einbaut oder man hört nur dass sie kommen wenn wir es als neue spiel würde ich unten dings anmachen diesen sound chat gibt es in 1 9 ja 1 9 1 10 gibt es der ist übelst op in der ersten staffel in der ich das battle gemacht habe in der neuen version war das übelst op wir hatten das an und haben halt hier ist ein lavasee und haben halt die gegner die waren auf dem berg und wir haben die von unten von fuß des berges oben durch diesen chat gehört das war so op ja es waren mehr als 100 blöcke locker haben wir die halt dadurch gott und da unten 1 hängen so erschrocken zwei zombies kamen von vom alter von oben runter gesprungen waren des ninjas in waren der richtigen denn das ein hatte sogar eine eisenschaufel aber die habe ich nicht bekommen soll ich auf höhe sechs mal fahren gehen ja fand immer für 6 und ich habe direkt hinter die kiste ja drücken dort kürzt wird es geht so ich habe hier gerade noch ein stück höhle gefunden ich guck gerade jetzt ein bisschen eisen die eisen geht immer wir brauchen noch backup equip weil es gibt zwei leben pro spieler das problem ich kann zweimal scherben jonas auch halt durch spieler durch ein schwertbogen in pvp ist ja erlaubt deswegen müssen wir vorsichtig sein ab jetzt ja schon schon ab letzte folge eigentlich wenn es sich nach rechts und links zu bauen ja noch kaum also ich mag es nicht ich finde dafür die zeit zu schade mir ist dafür die zeit zu schade scheitern nach links kann ich sowieso nicht mehr bauen weil das immer border ist zeit ist geld und zeit sind erz und erze sind wichtig ich habe die aus nice gut zwei stück auf jeden fall deswegen es sind acht stück es sind einfach acht stück da kannst du wenn du willst dir noch ein schwert machen dann machst du eine verzauung über nee mach nicht ich weiß nicht ich würde sagen wir machen lieber dir noch auch noch ein hahnisch dass wir beide hahnisch haben was kann man sich was wenn ich mir eine hose und schuhe machen ja machst du die hose und schuhe falls einer stirbt sage ich jetzt mal wir beide kämpfen gegen die du stirbst halt durch bogen sag ich jetzt mal die haben op büben du musst beispiel du stirbst dann bei mir und dann kann ich halt deine rüstung anziehen oder andersrum falls einer stirbt das ist gut es wird mein weiter aber ich glaube ich warte noch auf einen hier ja war du kannst noch warten ist ja kein ding ich fahre weiter meine brust wäre schon nicht schlecht würde ich mir brust und schuhe machen einfach weiter sag wenn du welche gefunden hast mir kommt es irgendwie übelst laggy teilweise vor aber ich habe 500 fps wenn ich gucke ja ich habe auch mal so über die so du guckst so denkst du das ist übelst laggy dann sind 500 fps und ich nehme ja ja ich nehme gerade auf und dann fragst du dich einfach was da lenken kann bei 500 fps noch mal eisen gefunden aber braucht mir nicht ne ja ich habe noch mal eisen gefunden ok es war leider nur ein gold hier ist auch noch mal eisen oh noch mehr gold ich habe hier ein das sieht schluchtartig aus jonas komm mal mein stutt mein gang lang ist eine übelst große höhle ok warte übelst große höhle no joke kann ich dann gleich nochmal weiter spanner 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 oh warte warte man atmen glück 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 für spitzhacker glück oder für der angel ne das heißt ja glück des meeres glück 2 oh ach du scheiße läuft da lang warte nimm hast du fackeln bei wenn ich warte noch ich hab fackeln dabei platziert es dann schonmal beim spawner ich mach schnell glück auf die picke hier ist ja oben du musst wenn du kommst nach rechts nach rechts ja wenn ich falsch das ist links sagte ich doch und dann hier geht's ja oh leu ist mega viel lava achten zombies oder er dass die diapicke bei ich nehme ja ich nehme jetzt einfach ich machen muss jetzt noch eine diapicke machen hier war noch ein eimer und schwarzpulver mit habe ich beides mitgenommen ja ich hab das erst mal ignoriert ich mach noch eine diapicke die hat glück oder wollen wir lieber äh ein schwert mit bann 4 machen oh ja aber das bringt's ne hab ich gehört ja ich hab grad übrigens ein schwert mit bann oh gott oh gott mich hat ein skater runtergeschossen wir sind hier 3 creeper und 4 ich unterstütze dich gleich glück 2 e4 1 picke ach du ach die grüne noel also wenn du grad einen creeper gehört hast war ich ja ich komm gleich ich hab ne nee ich hab schon alle ich hab schon alles trotzdem komme ich ich hab jetzt glück 2 e8 du das ist ja übelst gut also ich glaub wir sind glück lich dumm nein nicht mehr okay ich lass es ich komm wir haben wahrscheinlich gerade erst mal eisenequip ne wenn wir die aus haben sagt direkt bescheid ich geh gleich nochmal striften in meinen gang falls wir die aus haben sagt bescheid dann muss ich kommen ich hab die picke oder heb die dann einfach auf ich komm dann später du merkst dir dann einfach du brauchst ja eh nur den gang aber die hülle ist wirklich relativ groß ja 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 aber ich du weiterfahren ich gehe vor allem ich bleibe ich bleibe in der hülle jetzt guck mich noch mal oben ich guck noch mal weil hier wird locker noch irgendwo gold ein aber hier oben nicht krieg ich die dir spitzak oder nee weil ich behalte du sie ich behalte die gold die normale dir was sollen wir uns dann machen wenn ich noch die erfinden würde halt erst mal wartest du und baust sie noch nicht ab halt dass ich dir dann mit glück ja stimmt mit glück dann kriegen wir noch mehr deswegen wir haben jetzt acht dias und 8 hatten wir nicht mehr 8 ja ich musste doch noch nur die ach so du hast ja ne dia spitzak gebaut ne ja weil da keine war hast du das ganze nicht auf eisen gemacht weil sich das nicht lohnt dia ist halt länger aber das battle wird nicht lange dauern trotzdem ich sollte nicht bei lava so rum tanzen okay ich farm jetzt weiter ne jo du farmst weiter minuten schon jetzt wird meiner immer geradeaus immer wieder geradeaus geradeaus zu bauen ist immer schön oder das glaube ich wird später mein beruf geradeaus bauen ich glaube das stehe ich mir übel schön vor einfach so nach haus zu kommen und sagen warte ich habe heute geradeaus gebaut und ihr ich habe die aus ja ist gut rum bauen kannst du schon ich bin so in depth hast du dir abgebaut es sind aber noch einer da ja dann bau den einen jetzt auch noch ab nein ich warte du hebst ihn dir auf ich habe ihn dir auf ich habe vier dias noch dazu bau einfach weiter ach man durchs reden ich bau einfach weiter als wäre nichts passiert ja einfach weiter bauen niemand hat was gesehen ich habe eh nichts gesehen also oder dann die zuschauer das auch nicht soll einfach jetzt so ein fettes lalalala geräusche einfügen während du sagst dass wir den dir abgebaut hast ja so ein delphingeräusch genau so ein delphin welche oh hier ist noch eine schlucht ich bin einer anderen schlucht jonas in welcher ist keine nicht so viel lava aber es ist halt eine schlucht oder es ist einfach eine höhle die nach oben geht ich lass grad voll viel eisen hier what the fuck ich hab nochmal die aus meinem hochbau gefunden hä ich hab grad einen lavasee gefunden und wollte mich hochbauen what the fuck nice das ist doch rück dich auf also ich lief das projekt x-ray coming ich hecke wirklich what the fuck ja übelst lol ich find's gut ich grab ich grab da auch nicht weiter jetzt zwölf dias also wenn ich ehrlich bin finde ich's gut ich hab nochmal gold mich interessiert grad gold irgendwie mehr komm zurück da sind noch ein paar dias ja ich komm gleich ich bin grad in einer schlucht oder in einer schlucht ähnlichen gestalt nice das skelett unterstützt mich finde ich nett das schießt mich zurück ach du grüne neune kommst du zurück es wird mein weiter ich baue noch hier dings ich erkunde noch die hürde ich glaub du musst mir an ende die koordinaten sagen bis ich zurück finde ich hör grad so eine spannende dramatische musik im hintergrund oh du weißt du machst pain oder sowas ist echt nice bogen brauchen wir auf jeden auch ja ja aber den machst du dir oder soll ich mir ein op schwert machen weil du bist den bogen besser ich würd sagen wir sind gleich aber können wir so machen dass du halt auf schwert gehst und nicht auf bogen sag mir wenn du auf den weg zurück bist ne sag ich dann hier ist noch gold nice alter wir haben übelst viel gold wie viel haben wir in der base wie viel gold guck mal warte kann ich jetzt nicht gucken ich werde von 1000 monstern attackiert ja so ging es mir auch eben wenn du gleich kannst guck mal weil ich hab grad 18 bei mir wieder ein gold ist noch im ofen das weiß ich ne ich hab noch ein bisschen gold aus dem ofen geholt da waren noch 8 stück drin wir haben 45 hier ist ein slime wollen wir eine slime tür bauen da gibst du was so eliminiert man gegner so hier war so locker eine 3 millioner armee und du lässt einfach die creeper explodieren und fertig ist noch junge das ist jetzt creeper locker 7 oder 8 also ich dachte du hast auch dias gefunden nein aber das wäre zu gut ne das wäre dann zu gut weil du hast ja bei dir relativ viele dias das ist gut mit glück 2 schätze ich bekommen wir wenigstens 8 oder 9 mehr warte wie viel sind es denn äh ich hab noch nicht weiter geht's einer hängt noch in der decke aus versehen die da hab ich die restlichen vier abgebaut und dann hinten noch da weiß ich nicht wie viele da hab ich mich hoch gebaut und hab ich zufällig einen gesehen und hab nicht weitergegraben oh du bist bei mir bin ich bin ich ich hab warte ich 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 kämpfe gerade ging es nein abbauen nicht scheiße du hast du hast cleanstorn rufen da ist ok 34 abbauen hab ich nichts gemacht doch bei mir kam ich hab so ein abbauggeräusch gehört das war ich nicht aber ich bin in der schlucht ich kann in keinem Können dich sehen Ich sneaker Du bist doch viel zu weit weg Ich bin bei unserem Spawnpoint Ich bin bei Koordinate 45465 Und 8835 Alles klar Koordinaten Aber ich finde noch zurück Ich komme gleich Komm mal wirklich zurück Alter, ich glaube hier ist wirklich einer Ja, ich war noch das Colter Weil wir haben halt fast eine Notchapfel Bleib du in der Base Sneak du in der Base Und 8 Aufnahmen der Umgebung Ich sneaker nur Ich stehe jetzt bei den Öfen und sneaker nur rum Sag, wenn du zurückkommst, ne Komm mal mit dem Stuhl näher Komm mal mit dem Stuhl Ja, für Zuschauer War ich das? Ich glaube ich war das Ja, ich war das Junge, warum sind hier so viele Skelette? Du lockerst hier irgendwo ein Skeletonspawner Ich bin gerade auf dem Weg zurück Ich habe hier so Halb den Weg gemerkt Ja, okay Ja, genau, das war hier Ich stehe in der Base rum Ja, musst du auch Weil wenn da wirklich was sein könnte Ist jetzt zu riskant rumzulaufen Und wenn ich in der Base bin, bende ich die Folge Und dann mache ich eine kurze Pipi-Pause Und dann schreibe ich kurz Nicht bewegen Oder ich stoppe den Server Sag, wenn du auf dem Weg zurück bist, ne Ich bin auf dem Weg zurück Ich bin auf dem Weg zurück Hier ist mein Zwick mein Gang Ich sehe deinen Namen nämlich noch nicht Ne, ist doch nicht mein Zwick mein Gang Aber ich bin relativ nah Ich bin halt gerade beim Spawner Und du von Spawner aus den Weg zurück Was? Von Spawner den Weg zurück Suche ich gerade Oder ist das unsere Schlucht? Das ist nicht unsere Schlucht Hier ist noch eine Schlucht Ich kann nicht schreiben Ich würde eins nicht Schreib Ja, funktioniert eh nicht Die machen sich jetzt eine Hä, von Ich bin jetzt beim Spawner Von Spawner muss ich doch einfach Irgendwo runter geht's dann Okay Hast du die gemerkt? Ich danke Nein Gut, von Spawner Ja, ich kam von hier Hier Ich glaube ich kam von nicht hier Hier, weiter runter Hier, hier Die kenn dich ja eh Deswegen die Zuschauer Hallo Ah, na, na, ja Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab den Weg Ich hab Ich hab Ich geh Hast du da eine Tür die Tür platziert? Ich hab eine Tür gebaut Okay Ich bin jetzt hier Bin hinter dir Alter Dann war's deiner mit den ich gesehen hatte Gut Dann Schnell Gut, warte ich rechne kurz Wo ist noch Gold? Nirgends? Okay Hm Ich hab die ganzen Skelette genervt und ich wollte hier in Ruhe craften Wir haben, wir haben Notchapfel, glaube ich Du brauchst, ähm Wir haben 80 Ich Ich rechne noch Ich rechne noch Warte 8 Mal 9 Brauchmann 72 Brauchmann 72 Du brauchst 72 Ich hab grad gerechnet Und 45 Und 45 sind da und ich hab 35 mitgebracht Wir haben Notchapfel, Jonas Schreib mal Nicht, 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 nicht Kurze Schreib nicht Doch Pause Achso Das ja, aber nicht, dass du Notchapfel hast Nicht bewegen Gut, dann würde ich sagen Warten wir in der Folge Haut rein, lass den Like da Bis gleich Bis gleich